hallo menschen fachs gerät und herzlich willkommen zurück hier vom kanal nksgaping schön dass du eingeschaltet hast und heute wieder mal mit einem neuen video auf meinem kanal noch mal zu fifa 19 gamescom ist um man sieht ich bin immer noch ein bisschen fertig war arsch krank die letzten tage ging es echt nicht so wirklich gut aber es war noch anstrengende woche und ich war jetzt erst in hockenheim dann auf der gamescom übrigens der gamescom ich habe eigentlich versucht zu vlogen aber ich habe dann gesehen wo ich daheim war ja viel ist anders also ich habe nicht wirklich viel gefilmt wer trotzdem wollte dass ich ihn hochlade schreibt mir gerne mal in die kommentare oder lasst einen like da dann sehe ich okay habe trotzdem bock auf den vlog ihr werdet es der wird halt nicht wirklich lang weil ich einfach so gut wie nichts gefilmt habe dieses jahr keine ahnung wieso genau ihr seht ein neues format auf meinem kanal ich weiß gar nicht ob es das schon mal gegeben hat ich vermute mal ganz deutlich ja weil das ist nicht die einfallsreichste idee aber ich bring es jetzt einfach mal zu viel nicht zu ende von fifa 19 dachte ich ich besuche es mal mit dieser serie einfach sieben ich nenne sie einfach mal community food schwarf challenge ich habe euch gestern nämlich bei instagram gefragt ist welches öfters machen deswegen folgt mir bei instagram mein name steht dann irgendwo hier drunter folgt mir auf jeden fall falls ihr auch mal mit machen wollt ich habe euch gestern in der story gefragt ob ihr mir eine zahl zwischen 1 und 5 schicken könnt und da haben einige mitgemacht nebenbei mein handy laufen das seht ihr auch irgendwo eingeblendet hoffentlich wenn alles funktioniert und genau da haben einige leute mitgemacht wie wir hier sehen es haben wirklich sehr sehr viel mitgemacht sehr cool von euch viel viel dank und genau das ganze prozedere geht so ich gehe in ein food draft erstmal rein dann machen wir ein food draft quasi wie ein blind draft wie ihr es von den teasy jungs kennt nur halt mit der community denn ihr ich klicke hier drauf auf alle ansehen also auf alle antworten ansehen dann gehe ich von 1 direkt drunter die erste antwort bekommt das ist der erste oder die aufstellung in dem fall dann kommt der kapitel mit der zweiten der ausgewählt hat und sobald wir fertig sind ist das ziel ein 170er zwarf 170 ist sehr sehr hoch was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde gut für euch weil somit kann ich was abstoßen nämlich darum ist die bestrafung ich werde soweit ich drunter bin also wenn ich jetzt 165 schafft fünf spieler vom transfermarkt des karten allerdings nicht unbedingt icons ich gehe einfach nur auf ganz normal spezial das auch die möglichkeit dabei eine eigene und teure spieler zu haben aber halt auch ein bisschen harmlos aber ich habe halt einfach nicht so viel coins um icons zu diskaren ich hoffe euch gefällt diese serie im stress finden wir auch in die kommentare neben der game neben gamescom blog einfach auch das mal noch in die kommentare wie euch das gefällt ich laber nicht so lange rum let's go in den draft die aufstellungen kommen und wir gehen auf alle ansehen der erste wo kommt ist der strickel 04 mit der nummer drei wir müssen die drei nehmen dreierkette ist es in dem fall 352 wird schwer chemie zu bekommen wird schwer kapitäne komm die wir müssen die nächste zahl nehmen vom marwin gerken elf ihr seht ich gehe mal von links nach rechts und so eine spalte nach unten quasi die nummer drei ist auch von ihm angewählt auch die kapitäne sind absolut crap ne würde uns gar keiner bringen wir kriegen roberto firmino der aufs zom kommt super geben wir ein st die nächste zahl ist eine vier vom last denke ich mal 52 200 danke dir fürs mitmachen let's go nächste zahl wie gesagt eine vier nächste zahl kommt vom jordi huben viel vielen dank fürs mitmachen ich sag das jetzt nicht jedes mal ne auch eine vier sag mal habt ihr euch abgesprochen alle nehmen dieselben zahlen ja nehmen wir auch die nummer vier mal ein gut ja nehmen wir die drei ach übrigens als geile hinweis ich streame jetzt aus oder ich mache jetzt meine videos aus einer neuen gaming ecke wenn ihr dazu auch noch einen vlog sehen wollt habe ich auch bei instagram gefragt oder halt ein video so eine woom tour schreibt mir das auch noch in die kommentare also ich habe gar nicht mehr viel zum schreiben aber mir egal gibt wenigstens klicks wir gehen auf die linke mittelfeld position und der nächste ist der simax simon grüß dich ähm nummer zwei ich hoffe jetzt mal wenn das gut ist ne ja sieht doch mal nach gott ja gut waren alle nicht gut ne du glas costa sagen wir mal so chemie haben wir bisher jetzt nicht allzu viel ne wir gehen aufs rechte mittelfeld die nächste zahl ist vom oh oh gott otsuzuki naira vielen dank fürs mitmachen nummero eins komon mbappé ist okay bringt zwar auch keine chemie aber hier wird allgemein keine sau irgendwie was bringen von dem her ist okay mbappé bisher die beste auswahl wir haben oder gehabt bekommen haben deswegen gehen wir weiter vom mike ähm zdm rechts das ist die nummer drei hat er mir gesagt pellegrini sandpellegrini nein natürlich nicht aber bringt auch keine chemie wie gesagt 170 ne wenn's blöd läuft so diskarten halt den ganzen transfermarkt aber das ist ja ein bisschen arg heftig ne dann nächste zahl kommt von fimm von fimm c2208 4 für lifestyle ehre 4 bitte lass was gutes sein ach komm ich mag das formal jetzt schon nicht ne ich mag das formal jetzt schon nicht ihr könnt mir auf jeden Fall oh doch wir haben es vor allem wir haben zwei links ich bin's ihr könnt mir auf jeden fall mal gerne noch irgendwie bestrafung unten in die kommentare schreiben also ich hab einige sachen zu machen mal gucken wer das alles schafft in die kommentare zu schreiben werde ich das video auch zu ende gucken und nicht alles durchskippt bis zur bestrafung ähm infoseidigung felix felix denke ich mal nummer 4 ach komm ey aber es linkt wenn wir den auf die linke seite machen ah ich habe übrigens eine sache vergessen wenn wir alles fertig haben habe ich eine minute denke ich mal zeit um noch ähm also die auch die bank vervollständigen natürlich automatisch ne ist natürlich klar ähm dann habe ich eine minute zeit das ganze team noch ein bisschen zu verbessern weil sonst ist 170 natürlich unmachbar wenn ihr noch irgendwie sagt zum beispiel ich darf nichts umstellen dann müssen wir natürlich das weighting ein bisschen droppen also 170 so wird ein bisschen schwer dann sagen 150 oder sowas keine ahnung so nächste zahl vom dennis wieder die vier ey sehr sehr viel vierer merke ich grad ne dennis mit der nummer vier linke verteidigung ja komm ohn das hätte ein guter draft werden können irgendwann ne piqué gibt auch keinen link und auch wenn wir den umstellen nicht super ähm gabriel mit der nummer drei wieder mal die drei matz hummels ja eine der besten karten aber chemie technisch jetzt auch nicht grad das höchste niveau dann die letzte zahl vom Markus die nummer vier komm Markus gib uns glück nummer vier nochmal Chesny der linkt wenigstens ne ich hatte ja ich hatte die nur zur auswahl stimmt da war ja was ähm so und jetzt machen wir das ganze so ich hab ja ihr seht ja hier auf meinem handy den timer eingeblendet müsstet ihr oder sonst blende ich den irgendwo nochmal ein ich guck jetzt weg ich will das team vervollständigen und dann guck ich nach oben und klick auf die uhr äh auf die auf die zeit wir haben eine minute zeit so und dann würde ich sagen wir vervollständigen das team ich gucke einmal weg ihr seht's also hier ich seh hier gar nichts ich weiß nur nicht wie lange das funktioniert deswegen muss jetzt ein bisschen um den heißen Brei reden ähm ich guck hoch in 3 2 1 und ich schalte in den Timer äh oh Gott okay wir müssen irgendwie ein bisschen Chemie erstmal hochkriegen ne das sieht immer so leicht aus wenn man zuschaut aber es ist es gar nicht so ähm da haben wir noch nen dann dann machen wir den da hin den machen wir da hin geht ja noch 30 Sekunden knapp okay das könnte interessant werden plus 5 nochmal auf ganz easy Profi Profi haben wir noch den hab ich noch gar nicht gesehen das bringt uns gar nix ähm ich glaub das war's ne ich glaub das war's mehr können wir gar nicht machen oder oder bin ich einfach nur blind ein bisschen stürmer davor noch haben wir da kein ST 7 Sekunden 3 3 2 1 Stopp das war der letzte Ding Hände hier Hände sind weg ich hab keine Ahnung ich rechne das jetzt auch nicht zusammen ne ähm ich hab keine Ahnung ob das jetzt gut ist oder schlecht wir haben halt wirklich relativ gute Spieler hier bekommen also von Link technisch ne hier haben wir schön viel Links bekommen ich glaub hier wäre nicht mehr viel machbar gewesen schreibt mir auf jeden Fall doch gerne in die Kommentare wenn ihr noch irgendwas gesehen habt ähm aber ich glaube man könnte nix mehr machen ich nehm den Manager machen wir natürlich wieder mit dem hier wir waren jetzt grad bei Markus da kommt der Shaya noch mit der Nummer 3 3 also ist der Captain Manager aus weil wir machen mal auf weiter die Nummer 3 sollen wir wählen da bringt sie nochmal einen Chemiepunkt ähm ist glaub ich sogar mit der beste aber wir hätten leben können ne der hier wäre noch deutlich besser gewesen Nummer 3 müssen wir nehmen und damit haben wir 170 das Ziel ich bin gespannt was wir haben ich hab keine Ahnung lol ich dachte wir sind viel höher ok ich dachte wir sind deutlich höher ähm ich hab das glaub ich unterschätzt mit 170 170 sieht doch ganz schön hoch aus ne ne vielleicht muss ich das auch noch irgendwann mal runter regeln aber für die Folge machen wir es auf jeden Fall mal so 164 ist unser ähm unser Dwarft und deswegen mach ich jetzt nochmal eine Instagram Story dass ihr mir eine Zahl zwischen 1 und ähm 11 schreibt und dann dann diskaden wir so ich hab mich grad noch um entschieden ich mach das dieses Mal nicht mit euch also mit der Community das abstoßen weil ich die Story jetzt erst reingemacht hab und es geht ein bisschen bis ich da ein paar Leute drauf reagiert haben deswegen machen wir das ganze jetzt dieses Mal über Siri das nächste Mal mach was dann ganz normal über die Community aber wir gehen jetzt auf den Transfermarkt suchen und dann fragen wir Siri nach 6 Zahlen zwischen 1 und 11 und die müssen wir alle diskaden ne oh Gott da sind einige gute Spieler drauf die könnten einige ein bisschen was kosten hier ne Pogba 170k NS7 ich sehe ich schon komm wir müssen wir safe abstoßen ok wir fragen Siri wir fangen an mit Siri Hey Siri sage meine Zahl zwischen 1 und 11 zufällige Zahl zwischen 1 und 11 ist 6 das ist halt wirklich das kann ich euer Ernst halten ich hab's grad eben noch gesagt 1 2 3 4 5 6 es ist halt einfach NS7 es ist halt einfach war klar es war so obvious dass wir NS7 abstoßen müssen es war so klar aber sowas von ich hab den aber noch im Verein das ist gut ich stoße den davon ab hey Siri sage eine Zahl zwischen 1 und 11 zufällige Zahl zwischen 1 und 11 ist 10 L Kajati aber für 55.000 München du mein Gott ich brauche irgendeinen Stift ich muss mir das aufschreiben das Problem ist das Problem ist bis ich das alles fertig habe hier sind die Spieler schon lange abgelaufen ihr seht es ich darf jetzt nur nirgends drauf klicken weil sonst sind die Spieler nachher alle weg das wäre ganz blöd deswegen wir haben jetzt 2 Spieler ausgewählt ich habe mir den jetzt hier aufgeschrieben El Kajati für 55.000 München deswegen machen wir jetzt weiter mit Hey Siri Hey Siri sage mir eine Zahl zwischen 1 und 11 zufällige Zahl zwischen 1 und 11 ist 11 Raffinia die Frage ist wie viel kostet er 50.000 Raffinia Scream schön Hey Siri sage mir eine Zahl zwischen 1 und 11 zufällige Zahl zwischen 1 und 11 ist 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Borga Igalies aber Jungs ihr müsst es leider verstehen ich mache das jetzt doch ein bisschen anders ich kaufe die Spieler jetzt nach dem billigsten Preis weil ich habe leider nicht so viel Coins zur Verfügung um so viel raus zu diskaden ich dachte eigentlich dass es so teuer wird wir sind jetzt schon bei 200.000 Münzen Mann wir machen weiter wir haben jetzt 4 Spieler Hey Siri sage mir eine Zahl zwischen 1 und 11 zufällige Zahl zwischen 1 und 11 ist 11 Hammer schon Hey Siri Zahl zwischen 1 und 11 1 plus 11 ist 12 Siri Zahl zwischen 1 und 11 Das ist 12 Das ist 12 Hey Siri Siri sage mir eine Zahl zwischen 1 und 12 12 ist wurscht Zufällige Zahl zwischen Ah Siri Was dachte ich mir? Das dachte ich mir? Das Maul Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 11 Das ist 5 5 ist die hier Oh Gott müssen sie mir auch draufschreiben Ok eine Zahl brauchen wir noch Siri Hey Siri Sagt mal eine Zahl zwischen 1 und 11 Nicht die 2 bitte Er leckt mich doch Bist du dumm? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Eine Zahl zwischen 1 und 11 Bitte nicht 2 Sagt mal eine Zahl zwischen 1 und 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kevin Kampel noch zum Schluss Kampel So, damit haben wir unsere 6 Spiele ausgesucht Wird eine ganz schön teure Scheiße Ich such die jetzt auf dem Transfermarkt Und das karte die dann schön, ne? Hm, Spaß Reicht Reicht Ehre Als hätte ich es ausbemessen, ha? Ehre Das reicht perfekt Und damit, das kann wir mal ganz schnell 140.000 Münzen plus NS7 Der gleich noch kommt, den machen wir natürlich separat Ihr wisst, die Kanallegende muss natürlich auch ein bisschen Gewürdigt werden Und ein bisschen mehr, wenn ein bisschen Aufmerksamkeit erregt werden Ja Super Serie, muss ich sagen Sechs Spieler Discaden Für 130.000 Münzen Schnellverkauf Und Adios Amigos Da haben wir, wir kriegen ja wieder 50.000 Ehre Und ich habe nur 59.500 Das könnte passen Ja Das Dachte ich mir Ich will meinen First Owner nicht abgeben, Jungs Deswegen, Nico Schulz First Owner bleibt natürlich bei uns im Verein erhalten Wir stoßen In dem Fall Über 200.000 Münzen ab Wenn auch einer meckert, dass wir die nicht so gekauft haben Dann Kriegst du kein Herz Ne? Ne? Ja Ja, ich hoffe, euch hat die Serie gefallen Wie gesagt, sorry, dass ich das nicht alles so kaufen konnte Da haben einfach die Coins dazu gefehlt Aber wir haben jetzt trotzdem über 200.000 Münzen abgestoßen Also ich hoffe, ihr seid zufrieden Mit dem Abstoßwert Und ja, wenn es euch gefallen hat Dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen Über ein Like freuen Und mich unterstützen Ähm, ich gehe jetzt direkt in den Stream rein, glaube ich Ich glaube, wir haben schon gleich drei Ja, wir haben gleich drei Perfekt Und Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen Bis dahin Bis zum nächsten Mal Haut rein Ich bin Philipp von Enkers Gaming Und bis dahin Haut rein Oh, ciao Ja, ich bin hoch, ihr wisst Bescheid Haut rein Tschö